Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich mache heute eine Fundamentalanalyse von Texas Instruments. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung, es stellt keine Anlageberatung dar und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Außerdem zur Offenlegung potenzieller Interessenskonflikte, ich bin aktuell nicht in das Unternehmen investiert. Jetzt am Anfang der Analyse schauen wir wie immer auf die Basisdaten und wir stellen uns die Frage, was macht Texas Instruments eigentlich? Texas Instruments ist ein US-amerikanisches Unternehmen und erfindet die Aktie unter der Wertpapierkennnummer 852654. Das Unternehmen beschäftigt rund 34.000 Mitarbeiter und das Geschäftsjahr entspricht auch dem Kalenderjahr. Außerdem ist die Texas Instruments weltweit tätig. Die Texas Instruments ist ein Halbleiterunternehmen. Das Unternehmen bietet analoge und eingebettete Verarbeitungschips an. Und dementsprechend ist das Unternehmen in zwei Segmenten tätig, nämlich im Bereich Analog und Embedded Processing. Im Analog-Segment geht es zuerst einmal um Stromversorgungsprodukte zur Verwaltung des Strombedarfs. Das sind insbesondere Batteriemanagementlösungen und Schalterregler, sowie die Bereiche ACDC und DCDC. Das hat nicht wirklich was mit Rockmusik zu tun, sondern hier geht es um die Umwandlung von Wechsel in Gleichstrom und die Wandlung von einem Gleichstrom in einen anderen. Dazu benötigt man isolierte Controller, Wandler, Schalter und Regler. Außerdem hat die Texas Instruments Beleuchtungsprodukte im Angebot. Und das große Thema Signalketten, also Erfassung, Messung und Konditionierung, sowie die weitere Verarbeitung von generell Signalen. Im Bereich des Embedded Processing geht es um Mikrocontroller, sowie um digitale Signalprozessoren, sogenannte DSPs. Dann Anwendungsprozessoren und sogenannte DLP-Produkte, die braucht man für die Projektion von High-Definition-Bildern. Außerdem natürlich Taschenrechner, ja, da erinnere ich mich an meinen Matheunterricht zurück. Und dann kundenspezifische Halbleiter, sogenannte anwendungsspezifische integrierte Schaltungen oder auch ASICs. Im Jahr 2011 hat die Texas Instruments bei der National Semiconductor für rund 6,5 Milliarden US-Dollar zugegriffen. Die nächste Übernahme ist eigentlich gar keine, aber die Investition ist so groß, dass man sie hier durchaus aufführen kann. Denn in 2023 hat die Texas Instruments damit begonnen, eine Fabrik in Utah zu bauen, für schlappe 11 Milliarden US-Dollar. Beim Blick auf den Wettbewerb finden wir die Texas Instruments nach Marktkapitalisierung auf Rang Nummer 7. Hinter Intel, aber vor Micron Technology. Und nach den Umsätzen befindet sie sich gerade noch in den Top 10, ganz knapp hinter Infineon. Gut 87% der Anteilsscheine befinden sich in festen Händen. Und die Spielwiese für uns Kleine ist somit rund 13% groß. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die Unternehmenszahlen an. Wir beginnen wie immer mit den Umsätzen, auf Englisch Revenue, denn das Geld muss ja erstmal reinkommen ins Unternehmen. Wir schauen uns hier gemeinsam die Zahlen der letzten 10 Jahre an und ich bereite das etwas grafisch auf. Dann kann man besser erkennen, ob es eventuell Tendenzen gibt. Wünschen würden wir uns, dass die Umsätze Jahr für Jahr steigen. Die Grobtendenz stimmt, aber richtig schaffen tut die Texas Instruments das nicht. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Texas Instruments Umsätze in Höhe von 17,5 Milliarden US-Dollar. Das ist aber deutlich weniger als im Geschäftsjahr 2022 und auch weniger als im Geschäftsjahr 2021. Von Umsätzen allein kann man aber natürlich nicht leben. Wenn wir uns jetzt einen Eindruck vom Erfolg der operativen Kerntätigkeit verschaffen wollen, dann gehen wir am besten über den Gross Profit hin zur Gross Profit Margin. Und aktuell sehen wir eine wirklich schöne Gross Profit Margin in Höhe von 62,9%. Soweit die gute Nachricht, aber in dem Zeitraum 2017 bis einschließlich 2022 war die Gross Profit Margin teilweise deutlich höher. Also auch hier absolut wirklich okay, aber die Tendenz ist nicht ganz so schön. Alle großen Unternehmen kämpfen einen permanenten Kampf mit den Overhead-Kosten. Schauen wir deswegen auf die Verwaltungskostenquote, die sogenannte SG&A-Ratio. Die liegt aktuell bei guten 10,5%. Und obwohl wir kurzfristig über den Werten von 2021 und 2022 liegen, sehen wir mittel- bis langfristig eine deutlich sinkende Tendenz. Und natürlich gefällt mir das schon mal. Damit schauen wir jetzt als nächstes, was denn unter dem Strich übrig bleibt mit Net Income bzw. dem Nachsteuergewinn. Zum Geschäftsjahresende 2023 sehen wir einen Nachsteuergewinn in Höhe von 6,51 Milliarden US-Dollar. Auch hier wieder das identische Bild, das ist im 10-Jahres-Zeitraum der dritthöchste Nachsteuergewinn. Aber sowohl 2021 als auch insbesondere 2022 war das Net Income deutlich höher. Profitabilität misst man aber am besten relativ, deswegen teilen wir jetzt Gewinn durch Umsatz und damit landen wir bei Return on Sales bzw. der Nettoumsatzrendite. Und auch hier sehen wir aktuell einen sehr guten Wert mit 37,2%. Trotzdem werden auf der Profitabilitätsseite noch ein paar weitere Schatten sichtbar. Denn im Zeitraum zwischen 2020 und 2022 war die Nettoumsatzrendite teilweise deutlich höher. Bezüglich des Business müssen wir hier festhalten, dass wir bei sinkenden Umsätzen sinkende Renditen haben. Und ein, das ist kein gutes Zeichen. Soweit die Business-Sicht, jetzt setzen wir mal die Anlegerbrille auf mit Return on Equity bzw. der Eigenkapitalrendite. Auch hier haben wir mit 38,5% ein sehr gutes Ergebnis. Aber in der Grafik sehen wir es, dass wir nur vor 2018 niedrigere Eigenkapitalrenditen hatten. Wer jetzt schon länger auf meinem Kanal ist, der weiß, Eigenkapitalrendite allein, das ist ein bisschen gefährlich in der Beurteilung. Da muss man auch einen Blick auf das Risiko werfen. Das werden wir gleich tun. Zuvor schauen wir aber noch auf die Rendite des betriebsnotwendigen Kapitals, des sogenannten ROCKE. Und auch da sehen wir wieder ein gemischtes Bild, denn aktuell die 25,2% sind schon ein gutes Ergebnis. Aber wichtiger als diese Zahl ist die Tendenz und das ist der schlechteste Wert in der 10-Jahres-Betrachtung. Das heißt, die Tendenz ist hier richtig mies. Klare Kante, so kennt ihr mich, wichtig ist auch die Risikobetrachtung für den Anlageerfolg. Die größten Risiken sind finanzieller Natur, deswegen öffnen wir die Bilanz und schauen auf Eigenkapital und Fremdkapital. Und in der Bilanz der Texas Instruments sehen wir aktuell ein Eigenkapital in Höhe von 16,9 Milliarden US-Dollar und ein Fremdkapital in Höhe von 15,5 Milliarden US-Dollar. Auf den ersten Blick sehen wir mehr Eigenkapital als Fremdkapital. Wir werden also eine Eigenkapitalquote größer 50% haben. Aber die Dauergäste auf meinem Kanal wissen das schon, das ist noch nicht Ende der Fahnenstange, denn jetzt schauen wir uns die beiden wichtigen, aber oft vernachlässigten Bilanzpositionen Other Intangibles und Goodwill an. Other Intangibles spielen hier nicht so die große Rolle, trotzdem gibt es sie und deswegen müssen wir drüber reden. Other Intangibles sind nämlich immaterielle Wirtschaftsgüter, also Patente, Rechte und Lizenzen. Deren Ertragswert ist sehr leicht zu bestimmen, man sieht ja, was man verlangen kann. Die Buchhaltungs- und Finanzcracks unter euch sind jetzt hellhörig geworden. Denn Erträge gehören in die Gewinn- und Verlustrechnung, also ins Income Statement, sie haben aber in der Bilanz nichts verloren. Für eine Abbildung in der Bilanz benötigt man den Bestandswert und wenn man ehrlich ist, muss man da schon ganz schöne Klimmzüge machen, um überhaupt ein annähernd vernünftiges Ergebnis hinzubekommen. Also wenn man den Anlegerschutz in den Mittelpunkt des Interesses stellt und gewisse Dinge einfach nicht vernünftig messen kann, dann nimmt man sie am besten gar nicht in die Bilanz auf. Ganz anders ist die Situation beim Goodwill und der spielt hier schon eher eine Rolle. Goodwill entsteht nämlich immer dann, wenn man andere Unternehmen übernimmt, aber mehr bezahlt als die Assets in der Bilanz wert sind. Platt aber wahrgesprochen, das ist der Wert, den man zu viel gezahlt hat. Lassen wir doch mal die Interessen des Unternehmens und der Finanzindustrie beiseite. Bisher konnte mir noch niemand erklären, warum das ein Vermögenswert sein soll, wenn ich mehr bezahle, als etwas wert ist. Und warum ich dann diesen Betrag in Bilanz und Eigenkapital aufnehmen sollte, ist mir auch ein Rätsel. Das ist nur so dahergesagt, denn ich verstehe die Interessen durchaus. Es liegt nämlich sowohl im Interesse des Unternehmens als auch der Finanzindustrie. Aber es geht gegen die Interessen potenzieller Anleger. Und Moment, da war doch was. Stimmt, Anleger, das sind doch wir, du und ich. Und deswegen ist Anlegerschutz für mich ein hohes Gut und ich schmeiße jetzt die beiden Positionen Other Intentionalers und Goodwill aus Bilanz und Eigenkapital wieder raus. Und damit landen wir beim Substanzwert, den wir hier links oben sehen. Und nochmal zur Erklärung, der Substanzwert ist das, was nach einer guten alten Bilanz nach HGB, nach strengem Niederswertprinzip, als Eigenkapital gestanden hätte. Und das sind aktuell bei der Texas Instruments 12,3 Milliarden US-Dollar. Jetzt bediene ich aber beide Theorien, denn rechts daneben sehen wir die Auswirkung auf die Quoten. So hat die Texas Instruments eine Eigenkapitalquote in Höhe von 52,2% und eine Substanzwertquote in Höhe von 44,3%. Also Eigenkapitalquote steht eine 5 vorne, das ist super. Substanzwertquote schaffen wir das nicht ganz, aber bin ich im großen Ganzen auch zufrieden. Das erste große bilanzielle Risiko haben wir schon mal eliminiert. Dann schauen wir jetzt als nächstes auf die Liquidität mit der Current Ratio. Hier fühlt man sich erst wohl bei Werten von 1,5 aufwärts. Bei Texas Instruments liegen wir hier aktuell bei 4,6, das ist definitiv kein Thema, da machen wir einen dicken Haken dran und natürlich gefällt mir das. Nächstes Thema Zukunftsfähigkeit, dafür schauen wir jetzt auf die Investment Rate. Unser Zielkorridor wäre, dass die Ausgaben für Investitionen, also der sogenannte CapEx, zwischen 0 und 25% vom Net Income liegt. Und wir haben ja vorher schon gesehen, dass die Texas Instruments eine richtig dicke Fabrik in Utah baut. Das schlägt sich natürlich aktuell im CapEx nieder und die Investitionsquote liegt bei 78%. Also zu wenig investiert das Unternehmen aktuell auf jeden Fall nicht. Im Gegenteil, es lässt sich vermuten, dass der richtig dicke CapEx auf den Free Cash Flow drückt. Denn der Free Cash Flow ist ja operativer Cash Flow abzüglich CapEx. Und der Free Cash Flow ist für Unternehmen deswegen so wichtig, weil er ein Instrument der Innenfinanzierung ist. Das bedeutet, er stellt dem Unternehmen Zahlungsströme zur Verfügung und reduziert damit den externen Kreditbedarf. Dann dient er als Basis für die Bedienung der Dividende. Und schließlich hat er Wahrheitsfunktion, weil er durch das Unternehmen nur sehr schwer beeinflusst werden kann. Er zeigt uns also, was tatsächlich Sache ist. Und in der Grafik sehen wir, dass unsere Vermutung sich bestätigt hat. Wir haben nämlich aktuell einen Free Cash Flow in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar. Und so erfreulich das auch sein mag, im Vorjahr lagen wir noch bei 5,9 Milliarden US-Dollar. Und da muss man ganz ehrlich sagen, sinkende Free Cash Flows, das ist nie ein gutes Zeichen. Und nur um mal so einen Ausblick zu geben, die Texas Instruments möchte ja 11 Milliarden in die neue Fabrik investieren. Und in 2023 waren es insgesamt 5 Milliarden an CapEx, den sie aufgewendet hat. Also ich sage mal ganz frech, more to come. Und für alle Unternehmen mit Fremdkapital gilt natürlich, sie sollten in der Lage sein, den Kapitaldienst zu bedienen. Deswegen schauen wir jetzt auf die Interest Coverage, die Zinstragfähigkeit. Bei einem Multiple von 20,7 können wir das einfach kurz machen und wir machen hier einen Haken dran. Dann schauen wir uns jetzt mal die Preis-Wert-Relation des Unternehmens an. Aktuell müssen wir für die Aktie der Texas Instruments an der Börse 171 US-Dollar und 20 Cent bezahlen. In der Grafik sehen wir den 10-Jahres-Chart und für diesen Anlagezeitraum hätte das einen durchschnittlichen jährlichen Kursgewinn in Höhe von 14,1 Prozent bedeutet. Verkürzen wir jetzt den Betrachtungszeitraum auf ein Jahr, dann haben wir plötzlich einen Kursrückgang von minus 4,3 Prozent. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, hey Halbleiter-Unternehmen-Kursrückgang, ist das denn jetzt auf einmal billig geworden? Dazu schauen wir jetzt auf die Multiples bzw. Multiplikatoren und wir beginnen mit dem ersten, nämlich dem KCV, den Verhältnis zwischen den Kursen und den Free Cash Flows. Und in der Grafik sehen wir auf den ersten Blick, das ist durch die Decke gegangen, das ist dreistellig aktuell bei 112,1. Übersetzen wir das mal so, dass man damit besser was anfangen kann. Das bedeutet nämlich, dass man 112 Jahre lang die aktuellen Free Cash Flows sammeln muss, um sich die Aktie an der Börse kaufen zu können. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mir in 112 Jahren nicht mehr so viel wehtun wird. Beim Enterprise Value im Verhältnis zum EBDA kommt jetzt die Verschuldung mit ins Spiel. Was bedeutet die Kennzahl, nämlich Marktkapitalisierung plus Fremdkapital abzuglich Cash geteilt durch operatives Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen? Die Kennzahl liegt aktuell bei 19,9, das ist der zweithöchste Wert im Betrachtungszeitraum. Aber das ist immer noch ein gutes Stück günstiger als der Branchenbenchmark mit 21,0. Der Erfolg eines Unternehmens zeigt sich oft in der Entwicklung des Buchwertes pro Anteilsschein BPS. Normalerweise sollte der Buchwert Jahr für Jahr steigen. Richtig gute Unternehmen schaffen Steigerungsraten von mehr als 10%. Die Texas Instruments schafft das nicht, und zwar weder das eine noch das andere. Lang- und kurzfristig ist die Steigerung okay und aktuell sehen wir einen Buchwert pro Anteilsschein in Höhe von 18 US-Dollar und 59 Cent. Damit wird aktuell der US-Dollar-Buchwert an der Börse mit 9 US-Dollar und 21 Cent bepreist. Und beim Kurs-Substanzwert-Verhältnis müssen wir für einen US-Dollar-Substanzwert 12 US-Dollar und 74 Cent auf den Tisch legen. Fassen wir die beiden Kennzahlen zusammen, denn sie helfen uns beide nicht wirklich weiter. Unterstützen könnten sie uns bei einer Sichtweise auf den Graham'schen Zigarrenstummel, aber davon ist die Texas Instruments Lichtjahre entfernt. Schauen wir doch lieber auf die Entwicklung der Gewinne pro Anteilsschein EPS. Auch hier hätten wir gerne jährliche Steigerungen und am allerliebsten mit Steigerungsraten von größer als 10%. Und während das insgesamt bis zum Geschäftsjahr 2022 noch ganz gut aussieht, ist 2023 eine richtige Enttäuschung. So und nochmal den Rückgriff auf vorhin bei der Investitionstätigkeit natürlich auch kein Wunder. Wer sich für Ausschüttungen interessiert, der achtet auf die Entwicklung der Dividende pro Anteilsschein. Und im Geschäftsjahr 2023 hat die Texas Instruments hier 5 US-Dollar und 2 Cent ausgeschüttet. Auf dem aktuellen Kursniveau bedeutet das eine Dividendenrendite von 2,9%. Aber wer sich für Ausschüttungen interessiert, der interessiert sich auch für die morgigen Ausschüttungen. Und morgen ist Zukunft und Zukunft wissen wir nicht. Deswegen helfen wir uns mit einem Blick auf die Payout Ratio. Wir stellen also die Frage, wie groß ist der Anteil des Free Cash Flows, der für die Bedienung der Dividende verwendet werden muss. Und da muss man sagen, seit 2020 ist hier der Spaß vorbei. Und in 2023 hat die Texas Instruments massiv aus der Substanz ausgeschüttet. Und das gefällt mir gar nicht. Dann schauen wir uns jetzt mal die Bewertung des Unternehmens an. 36% der Analysten empfehlen die Texas Instruments zum Kauf. Mit 49% fast die Hälfte ist vorsichtig und möchte erst mal abwarten. Und für 15% der Analysten ist das Papier so heiß, dass sie sagen, lassen wir doch besser mal die Finger davon. Die Kursziele der Analysten liegen dementsprechend zwischen 104 und 210 US-Dollar pro Aktie. Die Rating Agentur Standard & Poor's bewertet die Kreditwürdigkeit der Texas Instruments mit A+. Bei der Cash Conversion Rate, also der Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne in Free Cash Flows zu verwandeln, da wird's finster. Das Multiple von 0,2, das das Unternehmen hier auf die Waagschale bringt, das macht definitiv keinen Spaß. Und bei der Free Cash Flow Rate, also der Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne in Free Cash Flows zu verwandeln, sind wir inzwischen wieder einstellig mit 7,7%. Und auch hier gilt, Spaß geht anders. Bei der Margin of Safety, also der Sicherheitsmarge, wäre die Welt fast in Ordnung gewesen. Aber nachdem die Texas Instruments für die Bedienung der Dividende in der Payout Ratio aus der Substanz ausschütten muss, landen wir insgesamt bei 12,75%. Immer noch insgesamt leicht unter dem Durchschnitt, aber naja, das hätte alles viel besser sein können. Für die Abschätzung des inneren Wertes benutze ich jetzt ein Discounted Cash Flow Verfahren. Allerdings, ihr kennt das bereits in einer besonderen Ausprägung, ich führe nämlich eine vierzügige Szenariorechnung durch. Wie immer an der Stelle der Hinweis, wen das interessiert, dafür gibt's ein sehr ausführliches Video, in dem ihr dann auch einen Excel-Rechner nachbauen könnt. Das Video habe ich euch verlinkt. In der Grafik sehen wir links den aktuellen Kurswert der Texas Instruments und rechts daneben die Abschätzung des inneren Wertes über die vierzügige Szenariorechnung. Ich denke, die Grafik spricht für sich. Sind wir mal sehr vorsichtig. Auf Basis des Discounted Cash Flow Verfahrens unterbewertet ist die Texas Instruments wohl nicht. Das Discounted Cash Flow Verfahren wird auch deswegen so geschätzt, weil es auf die Zukunft gerichtet ist. Aber dann muss es halt Abschätzungen bemühen und die können fehlerhaft sein. Das genaue Gegenteil sind Verfahren, die rein vergangenheitsorientiert sind und keine Abschätzung beinhalten. Die sind sehr sicher, aber haben halt keine Prognosewirkung. Ein Beispiel dafür ist die 3-5-10-Analyse. Dabei gehen wir davon aus, dass wir die Aktie nach einer Haltedauer von 3, 5 oder 10 Jahren verkauft hätten. Und natürlich beziehen wir potenzielle Dividenden mit ein. Die Spannbreite der Renditen liegt zwischen einem durchschnittlichen jährlichen Anlageverlust in Höhe von 0,6% bis zu einem durchschnittlichen jährlichen Anlagegewinn in Höhe von 14,2%. Und dann gibt es noch ein sehr modernes Verfahren zur Unternehmensbewertung, nämlich den Economic Value Addit, kurz EVA. Dabei vergleicht man die Rendite auf das investierte Kapital mit den Kapitalkosten. Und die Texas Instruments liefert einen positiven Economic Value Addit in Höhe von 15,48%. Ausrufezeichen. Mein finales Anlageurteil bilde ich mir jetzt wie immer im Rahmen der SWOT-Analyse. Bei der Texas Instruments haben wir eine Top-Margin-Situation, sowohl Growth Profit Margin als auch Return on Sales und Return on Equity. Am besten gefallen mir eigentlich die Finanzen, sowohl Eigenkapital als Substanzwertquote und natürlich die Current Ratio. Damit zusammenhängt auch der Buchwert pro Anteilsschein. Und auch die Freunde gepflegter Ausschüttungen kommen mit der Dividende auf ihre Kosten. Der große erste Punkt auf der Negativseite ist der CapEx. Es ist keine Überraschung, dass wenn man eine Fabrik mit 11 Milliarden US-Dollar baut, dass das Spuren in den Three Statements hinterlässt. Natürlich schlägt sich das im Free Cash Flow nieder. Und bewertungstechnisch zieht sich das natürlich durch. Free Cash Flow Rate, Cash Conversion Rate. Nachdem die Texas Instruments die Dividende nicht verringern wollte, ging die Payout Ratio durch die Decke. Man muss derzeit sogar aus der Substanz ausschütten. Spaß macht das keinen. Kurzfristig geht das natürlich. Die Frage ist nur, wie lange. Auf der Chancenseite sehen wir natürlich Chips als das Gold des Technologiezeitalters. Und im Gegensatz zu NVIDIA gibt es bei Texas Instruments keinen AI-Bewertungswahnsinn. Außerdem haben wir hier ein richtig schönes Ergebnis beim Economic Value Addit. All das lässt uns positiv in die Zukunft blicken. Die Standardrisiken Inflation, Rezession, Supply Chain und das Zinsumfeld schlagen natürlich auch im Bereich der Texas Instruments zu. Es ist positiv, dass wir hier keinen AI-Wahnsinn haben. Denn die Hauptkunden liegen im Bereich Industrie und Automotive. Leider befinden sich beide Industrien nicht nur in Deutschland in einer richtig großen Krise. Natürlich hat das Auswirkungen auf die Texas Instruments. Das sieht man zum Beispiel an den rückläufigen Umsätzen. Und die schwachen Free Cash Flows haben natürlich Auswirkungen auf das Discounted Cash Flow Verfahren. Und das alles hat Auswirkungen auf die Bewertung. Und damit gehen wir jetzt mal die einzelnen Anlagetypen durch. An erster Stelle Momentumsinvestoren. Hier geht es um Umsatzwachstum und die Kurssteigerungen. Für diesen Anlegertyp ist die Texas Instruments nicht geeignet. Bei den Growth Investoren kommt zusätzlich noch das EPS-Wachstum mit ins Spiel. Und auch für diesen Anlegertyp ist die Gesamtsituation zu instabil. Quality Investoren freuen sich über den wirklich guten Economic Value Edit. Aber die Free Cash Flow Rate macht so wenig Freude, dass ich sagen muss, unterm Strich auch nicht wirklich. Für Value Investoren wird es damit erst recht schwer. Denn die haben zusätzlich noch die niedrige Bewertung auf dem Zettel. Und Texas Instruments ist dafür einfach zu teuer. Dann bleiben noch die Dividendeninvestoren. Dividende bezahlt die Texas Instruments. Die liegt bei 2,9%. Für einen Dividendeninvestor wäre mir das zu wenig. Viel schwerer wiegt hier die extrem hohe Payout Ratio mit Ausschüttung aus der Substanz. Strich drunter als Dividendeninvestor würde ich die Texas Instruments aktuell auch nicht kaufen. Unter dem Strich bedeutet das für mich Anlegerfrage ein klares Nein. Wie steht ihr zur Texas Instruments? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Und an dieser Stelle meine Bitte an dich um Unterstützung meines Kanals. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Am besten abonnierst du gleich den Kanal, dann versäumst du nichts. Ich freue mich natürlich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box.